Der Start der amerikanischen Raumfähre Columbia musste heute zum siebten Mal verschoben werden. Wegen Nebels und starker Regenfälle in Florida wurde auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral der Countdown abgebrochen. Ein Start bei Regen ist nicht möglich, weil der Hitzeschild der Fähre beschädigt werden konnte. Ursprünglich sollte Columbia schon am 18. Dezember abheben. Defekte und schlechte Witterungsbedingungen verhinderten immer wieder den Start. Neuer Termin Sonntag, 12.55 Uhr.